Hallo, ich bin Anna von Davanda. Wir freuen uns, euch heute unser erstes Buch präsentieren zu dürfen. Es erscheint im Frech Verlag und heißt Kreativ mit Davanda. Davanda ist Europas größter Online-Marktplatz für einzigartige Produkte. Über 150.000 verschiedene Designer und Kreative verkaufen hier ihre handgefertigte Mode, Möbel, Schmuck und vieles mehr. Worum geht es in dem Buch? 17 erfolgreiche Designer gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Sie stellen ihre Shops und Lieblingsprodukte vor und erzählen, was sie inspiriert und motiviert. Ich bin Mutter von drei Kindern. Wir haben also eine ganz tolle, große Familie und das Tolle an meinem Shop ist einfach, dass ich durch Davanda die Möglichkeit habe, mir die Zeit frei einzuteilen. Das, was ich bei Davanda so gut finde, ist, dass es nur handgemachte Sachen gibt und dass die Leute sich freuen, wenn sie meine Produkte bekommen. Ich bin ein Ideenmensch. Ich habe jede Woche fünf neue Ideen und ich kann es schnell fotografieren, ins Netz stellen und Millionen Menschen sehen es sofort. Mein persönlicher Erfolgstipp, macht einfach gute Produktfotos und bleibt eurer Linie treu. Für alle, die selber gern kreativ werden wollen, gibt es tolle Anleitungen zum Nachmachen. Und natürlich erwarten euch auch spannende Infos rund um Davanda. Wer steckt dahinter, wie kann ich auf Davanda einkaufen und wie kann ich auf Davanda verkaufen? Seid ihr jetzt neugierig geworden? Dann holt euch doch gleich euer persönliches Exemplar nach Hause.